hallo und herzlich willkommen hier bei ektowolle seht ihr schon die ganzen spios ich finde das mega nice das ist sogar bei berrymod es fand sogar mega nice das sogar bei den fremden war übrigens ich möchte mir so ein bisschen entschuldigen für den letzten stream nicht gemacht habe ich war da so ein bisschen verpeilt ich muss ganz ehrlich sagen ich bin danach auch krank geworden danach auch fieber und ich war schon glaube ich vorher so ein bisschen verpeilt und das war halt alles nicht so hat mir nicht so wirklich gefallen aber ich habe einfach drauf gelassen weil ich dachte okay gab mit christopher bach und ich glaube mit dem garen pannelle gespräche da ja kommen spielerisch war da einfach nur morg so ungefähr aber naja gibt es auch mal selbst leistung dafür bin ich auch wieder jedenfalls schon mit schuldigen der glänz war ein kack stream so ungefähr ja es ist der war auch nicht so wirklich gut so ungefähr ich bin gleich level 8 und 69 69 auf jeden fall gleich die türme und also was weiter hochbauen wie fixp kriegt ja ich waren die ehre ich krieg 42 xp wenn ich denn die teile angreife und ich brauche noch lassen mich ganz überlegen keine zehn angriffe auf jeden fall so roundabout also wir auf jeden fall krieg wir hatten krieg aber sicher wir haben nach auf jeden fall wieder krieg ja 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 bisschen komisch geregelt aber ich kann es auf jeden fall ganz kurz mal wieder spiegeln und es war weiter was kommt mir ist gerade der tinger hier also ich muss gucken wo der war lukas da habe ich der keine ahnung was monument erobert ich glaube hier war das so dieser nitte herr hier die seine übermeer ange cứuend gucken uns gleich an dieser nitte herr hier hat nämlich angeschrieben hat gesagt dass der spieler bei uns kurz kommen was ich von angelf ankommt Die Seite des Spielers hat dann gesagt, dass bei uns, also hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, bei euch der Spieler, Leo der Jäger, hat bei uns ein Monument geklaut, bzw. er hat wirklich geklaut geschrieben, die haben gesagt, das ist erobert. Und sie haben sich zurückgeholt und danach hat er sich nochmal wieder ausprobiert und dann haben sie jetzt gesagt, okay, wir wollen jetzt, also er hat mir von mir gefordert, gesagt, entweder ihr schmeißt ihn aus der Allianz raus, oder wir stellen euch rot. Ich habe ihr dann gesagt, werter Valtarios, ich lasse mich von niemandem auf dem Server, äh, nicht provozieren, ich lasse mich von niemandem auf dem Server einfach pressen, oder mir vorschreiben, wen ich in meiner Allianz habe, und wen nicht. Kurze Zeit später haben sie in Rot gestellt, dann war erstmal Rot, dann ist irgendwann noch der Vernichter rüber gelatscht, den habe ich dann übrigens auch noch zweimal angegriffen, weil ich mir dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein, so ungefähr. Ich bin da ganz offen und ehrlich, der Vernichter hat mich schon ein, zwei Mal echt, ist er mir schon ein bisschen auf, auf die Sack einfach gegangen, und ich war nicht mal okay. Dann hatte ich auch noch einen kleinen Bug beim Monument, den können wir uns jetzt kurz mal eben kurz angucken, ab geht's. So, ja, äh, ich habe einen ganz komischen Bug. Diesen hier, und zwar, ich war hier bei dem, ähm, Monument, das habe ich freigesetzt, bin mit meinen Truppen und all das zurückgelaufen, also zurückgegangen, hab ja gesagt, komm, 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 komm gerade zurück, so ungefähr. Ja, die Truppen sind alle nicht mehr wirklich existent, der Fade, der ist halt, äh, ich glaube, ich bin so mit dem Premium gelaufen, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und hier ist einfach noch das Werkzeug da. Läuft jetzt fünf Stunden lang zurück. Das ist ein bisschen lang. Hier beim anderen, habe ich einen drinnen gelassen, und bin mit dem Rest zurückgelaufen, und hier auch mit dem anderen Fade halt, und die kommen halt auf jeden Fall in ca. einer halben Stunde an, und der soll natürlich auch in einer Stunde ankommen, aber der braucht jetzt fünf Stunden lang und ist einfach nur fürs Werkzeug. Das ist ein bisschen komisch einfach, ja. Hm. Ein bisschen verpackt ist das Spiel da gerade, wollte ich mal so erwähnen. Aber ist auch nicht wirklich schlimm, weil gut, der kommt ja an, und ich denke mal, vielleicht kommen die Truppen ja auch irgendwann zurück, wenn die Truppen mal nicht zurückkommen. Dann kommen die Truppen mal nicht zurück, ist auch nicht so schlimm. Ich habe jetzt noch ein bisschen Truppchen, habe ich noch da, habe ich noch ein paar Truppen auf jeden Fall noch da. Ich habe noch ein bisschen Minus, das geht auf jeden Fall voll fit. Aber sie sind auf jeden Fall nicht verhungert, weil ich halt genügend Futter einfach auch in der Burg einfach drinnen hatte, dass die nicht verhungert hätten können auf dem Weg, so. Mal so zu sagen. Die ist auch genügend einfach auch da, das ich nicht verhungere. Keine Ahnung, was das für ein komischer Bug ist. Ich denke mal, vielleicht passiert da manchmal, vielleicht passiert da manchmal nicht. I don't know. Also, auf jeden Fall, ja, laufen die jetzt erstmal freudig wieder zurück. Beim anderen kommt dann nur das Werkzeug wieder, aber ist auch nicht so schlimm. Ich meine, das waren, glaube ich, gerade mal 900 Truppen oder so. Oder vielleicht, also, Zeck, so wie man... Gut, dann sind wir auch schon wieder da. Das war auf jeden Fall der Bug mit dem Monument. Ein ganz komischer Bug. Ja. Und dann war es nachher so, dass ein Spieler von uns... Ich muss gerade gucken, wie sein Name ist. So, wir haben ganz viel hier, hier, hier. Er heißt Octavian CR oder keine Ahnung was auf jeden Fall. Der hat sich dann irgendwie mit dem angeschrieben, mit dem Diplo, Dingsda, Biblablub, keine Ahnung was. Und hat dann irgendwie neutral ausgehandelt. Ich habe das mit Sigi dann irgendwie abgeklärt und gesagt, okay, wir nehmen neutral an. Weil die hatten uns, die hatten ihm dann nochmal ein Ultimatum gestellt, weil ich wollte eigentlich gar nicht erst neutral annehmen und das bis morgen durchgehen lassen, bis... Weil wir haben jetzt Dienstag und, ja, Sigi meint, aber kommt sowieso Mittwoch vom Urlaub wieder, dann machen wir wieder weiter Krieger. Und ich sagte, okay, gut, dann lassen wir es mal eben kurz. Dann sind alle glücklich, dann haben wir kurz neutral angenommen und nachgezogen werden wir weiter, so. Das ist so der Plan. Einfach aus dem Grund, weil das funktioniert halt einfach nicht. Du kannst nicht einfach zu jemandem sagen, du musst dich aus der Allianz rausschmeißen. Das ist doch menschlich gesehen einfach scheiße, so. Ich habe zu dem gesagt, kläre das mit dem Spieler selbst, so ungefähr. Oder er hat es nicht gepacken bekommen, so. Ja, ich meine, das mache ich generell überhaupt, wenn irgendjemand mir nicht anschreibt, der Spieler hat was Böses getan, dann habe ich gesagt, kläre das mit ihm selbst. Wenn die halt gesagt haben, ja, dann würden wir gerne halt kaputt laufen, so ungefähr. Dann sage ich, ja, let's go. Dann tust du einfach so ungefähr, warum redest du noch mit mir so? Was denkst du dann wird passieren, wenn du vorher noch mit mir redest oder so? Das ist halt manchmal so ein bisschen, das ist ein Spiel. Ach ja, ja, gut, okay. Das auf jeden Fall dazu. Ich bin gleich, äh, ja, Level 69. Das bedeutet, ich kann auf jeden Fall gleich noch wieder ein bisschen was ausbauen. Habe mir hier noch ein paar lustige Truppen auf jeden Fall noch geholt. Habe noch ein paar lustige Konstrukte mir auf jeden Fall noch geholt. Und es gibt natürlich wieder auch für jedes Level auch wieder was anderes und was Besseres natürlich wieder in den Belohnungen natürlich wieder zu gewinnen. Das muss ich sagen, ist natürlich sehr schön. Barrymon zu spielen ist natürlich auch sehr schön. Ich glaube, ich bin jetzt gerade bei Barrymon. Ich war vorhin auf Platz 2. Bin jetzt abgerutscht auf Platz 6. Es gibt auf jeden Fall wieder andere Belohnungen. Also ich war ja noch nicht in diesem Level, um wirklich die Belohnungen abzugreifen. Aber ich war jetzt auch in... Normalerweise habe ich jetzt gerade schöne Belohnungen auf jeden Fall mit abgesahnt. Das hat mich auf jeden Fall schon mal sehr gefreut. Da können wir also in den 70er Belohnungen kann ich hier immer nicht reinkommen. Das kann ich höchstwahrscheinlich erst nächste Woche, weil bis dahin bin ich definitiv. Level 70 lasse ich auch schon die ganzen Dings. Und ich spende jetzt nicht, weil ich will ja gleich hier auf jeden Fall gleich das ganze Zeug hier löschen. Und ja, das wird auf jeden Fall mit Rubinen gelöscht. Anders funktioniert das, glaube ich. Jetzt werden zu viele beschleunen die einfach fressen. Okay, Barrymon. Jetzt gehen wir für Barrymon. Jetzt natürlich für den Gewinner. Also jetzt natürlich muss man bedenken, dass das noch unter Level 70. Gibt es wunderschöne Basis-Nahrungskonstrukte. Beziehungsweise auch 2 auf jeden Fall, wenn man unter die Top 20 kommt. Und Top 50 ist noch 1500 Silberstück. Ist schon mal auch schon mal sehr nice. Ich bin gerade auf Platz Nummer 6. Wenn ich den natürlich halte, beziehungsweise wenn ich dann auf die Top 20 halte, wäre das schon mal sehr nice. Dann würde ich auf jeden Fall nochmal ein Nahrungsbasiskonstrukt haben auf 6. Habe ich bis jetzt noch nicht. Das wäre auf jeden Fall schon mal sehr cool. Allianz-Belohnungen. Da weiß ich gar nicht. Ich glaube die Top 1, die kriegen halt immer wieder so eine schöne, wunderschöne Deko. Aber die Deko für den Gewinner auf Platz 1. 325 öffentliche Ordnung. Schwierig, ne? Schwierig. Schwierig, schwierig. Also die Belohnung da dann, ne? Hätte man vielleicht noch ein bisschen was machen können. Also, ne? Schwierig, ne? Schwierig. Schwierig. Du kriegst ja auf jeden Fall, wenn du bei einer Einzelbelohnung hier auf jeden Fall auch noch ein bisschen ballerst, kriegst du ja auch noch. Oh, da gibt es noch mal Rubine für die Allianz. Das ist sehr geil. Bist du ja auch nochmal eine schöne Deko. Äh, ja. Ich hoffe mal, dass wir da auf jeden Fall auch nochmal hinkommen. Das wäre auch nochmal richtig. Na, jetzt mal hier so. Hier für die Belohnung. Hm, 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 hm. Bei den Nomaden-Belohnungen. Wie gesagt, da kriegst du hier, oder kriegst du hier auf jeden Fall, hier kriegst du auf jeden Fall 5 Geschenke. Und kriegst du hier ein wunderschönes Aussehen. Wie gesagt, unter Level 70. Muss ich noch bemerken. Eine Baumarkt. Kriegst du eine schöne Deko unter Level 70. Ausbaumarkt. Und natürlich kriegst du auch noch Piraten. Dings da unter Level 70. Also, Top 5, Top 5, glaube ich, komme ich nicht hin. Und dafür hätte ich schon ein bisschen mehr halt rein schallern müssen. Aber da ich mir jetzt gleich noch ein bisschen was ausbauen möchte, weil ich ja gleich Level 69 werde, wird das ein bisschen schwieriger. Ich kann euch leider nicht die 70er-Belohnung zeigen, weil, na, ich könnte euch die Allianz-Belohnung zeigen. Das ist auf jeden Fall Top 1, auf jeden Fall auch schon mal die beiden Geschenke von Beatrix. Nice. Da haben wir die Baumarken, beziehungsweise auch die Deko, das haben wir auch schön für die alle, für Top 5. Und halt Ausbaumarken und dann noch ein schönes Konstrukt auf jeden Fall. Ein episches für das Sägeberg in Bad Sägeberg. Auch nicht verkehrt, ne? Da sind wir gerade auch schon, also da sind wir noch nicht so wirklich weit. Äh, ja. Oh. Die N ist auf Platz 1, wuhu. Die 30 auf Platz 2. Oder ist die 30 schon einmal rumgegangen und ist schon wieder ins Minus und ist schon wieder im Plus wieder drin, ne? Das kann ich mir so krass vorstellen. Hey, wir sind im Minus, wir sind schon wieder im Plus, wuhu. Wir gehen gleich wieder ins Minus. Ey, 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 ey. Die sind schon mal ja ein bisschen lustiger drauf auf jeden Fall. Gut, das ist auf jeden Fall so, die, also, das ist halt die Allianz-Belohnung. Und halt Einzelbelohnung, wie gesagt, kann ich von den 70ern noch nicht zeigen, aber das wird, denke ich mal, im nächsten Video. Da kann ich mir alles angucken und sagen, boah, krasse Belohnungen. So, äh, ja, ja, ja. Kriegmäßig, ich kann noch ein paar KBs auf jeden Fall zeigen. Äh, ich hab den halt, äh, ja. Die hatten halt wegen den Monumenten, ich hab den halt die beiden Monumente auf jeden Fall erobert. Das eine hab ich ihnen noch freigesetzt, das hier. Das hab ich ihnen freigesetzt. Und das andere hab ich halt, äh, ja, ja. Oh, das ist halt sogar jemand anders. Die Inhalte, die man was, ja, sehr gut. Das war auch nur ein Level 1er, von daher hab ich mir gesagt, gut, das setzt sich halt frei. Das andere war, da hab ich ihn sogar angeschrieben. Das war, ich glaub, Level 9er oder sowas. Das hab ich auf jeden Fall nicht freigesetzt. Ups. Entschuldigung. Äh, ja, ein Level 9er. Weil ich mir dachte, ja, 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 komm, soll das mal lieber so wiederholen, ist vielleicht ein bisschen netter, so. Hatt ich auch keinen Bug mit dem scheiß Dings da halt. Oh, ich hab irgendwie so einen Rubinverdoppler vor über sieben Tagen bekommen, auch schon mal schön. Okay, hier bin ich hier auf jeden Fall, also hier bin ich ein kleineren Spieler angegriffen. Die haben noch nicht gedefft oder sowas. Das war halt einfach nur reinlaufen, der, der, ich glaub, der BV war auch scheiße, so ungefähr. Und der hat auch nicht wirklich viel Machtpunkte, aber ich hab mir gedacht, okay, zu Anfang, da mal kurz reinluschern, so ungefähr. Das ist doch gar nicht mehr so verkehrt. Ich glaub, der spielt auch nicht aus, Leute. Ich glaub, der hat auch nicht mehr gedefft, so. Ich hab auch noch mal reingelaufen und danach kann man ein paar, ähm, die Teile eroberen. Da hab ich hier das Monument halt wieder verloren, wo ich nur einen drin gehabt hatte. Sehr schön. Dann hatte ich hier eine Angriff-Niederlage auf Nö. Äh, ja. Da war dann die, die, ach nee, wir waren hier drin. Was denn auch Leute, Lanzelot? Ja, das war auch von der. Ich glaub, das war auf jeden Fall da, wo auch die meine Truppen zurückgelaufen sind, wo halt einfach nur das Werkzeug zurückkam. Und die standen dann halt in der Burg drin, so ungefähr. Da konnte ich halt nicht wegschicken. Ich warte keine fünf Stunden, bis meine Truppen wiederkommen. Das war so ein bisschen, äh, gleich im Sorgen-Fan. Deswegen, ja, hat er die hat weggenommen. Weg in der Burg jetzt hoch. Äh, so. Dann hatten wir auf jeden Fall noch, äh, 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 äh. Dann bin ich auf jeden Fall von den noch zurückgelaufen. Naja, naja, naja. Mäßig gescheitert, würde ich mal sagen. Aber gut, der ist auch, der ist auch höheres Level an sich, ne? So, dann bin ich auf jeden Fall, hat er auf jeden Fall mich noch mal angegriffen. Dann sollen sie halt machen. Lukas kam auf jeden Fall auch noch mal. Äh, wer kam sonst noch mal? Ach, der kam noch mal, glaube ich, der Lukas. Ja, aber irgendwann konnten wir nichts mehr mitnehmen, außer mal eine olle Burg anzünden. Lukas bin ich noch mal zurückgelaufen. Den dann fand ich recht okay, weil ich hab halt, äh, dass ich bin mit 3K hingelaufen. Und ich hab ihn da 2K rausgeballert. Oh, ich bin Level 69, Level 69. Ja, jetzt krieg ich die Mauer, nämlich hochbauen. Mauer und Tor kann ich hochbauen. Ich weiß gar nicht, ob ich Türme auch schon hochbauen kann. Ich glaub, Türme könnte ich auf jeden Fall auch gleich hochbauen. Ich könnte mir jetzt ein Glas-Schmelze auf 10 bauen. Ein Glas-Schmelze auf 10. Das ist schon, äh, insane, so ungefähr so. Level 70 könnte sogar in diesem Video noch kommen, so. Äh, ja, okay, hatte ich schon die Angriffe-Niederlagen, jetzt war die, ja. Da wurde ich hier noch zweimal angegriffen, einmal von dem Dings da selbst. Da war eigentlich nichts mehr drin, so ungefähr. So, was soll ich dann reinstellen? So, ich bitte euch. Ich darf doch nicht. Hier hat ich auch mal 2K beim Lukas auf jeden Fall noch mal mitgenommen. Das fand ich eigentlich sehr gut. Das war gar nicht mehr so verkehrt. Und hier habe ich sogar auch, ähm, ja, mit 2,7 und hab ihn auch noch mal 2K. Das war jetzt ja fast 1 zu 1. Das fand ich gar nicht mehr so verkehrt. Das war auch immer schön. Und dann habe ich beim Vernichter noch seine beiden Außenposten mit, weil der ist nämlich übergelaufen zu denen und, äh, da habe ich mir gedacht, nee, ganze Zeit über nervst du uns und dann bin ich da einfach mit ein bisschen halt hin, gehuschelt, also. Äh, hier sieht man ja, bis nicht so viele von so 10, irgendwie, oder ein bisschen, ja, around about 10, 13 und so. Aber will ja auch ein bisschen halt, äh, Berrymond auf jeden Fall auch noch laufen. So, jetzt muss ich einfach mal den Burg gleich löschen, aber vor mir selber die Burgmauer hoch machen. Boah, das Tor kann ich direkt so bauen. Hier kann ich nicht mal, ich muss irgendwie Burgmauer bauen. Also gut, ein, äh, wunderschöner Augenblick. Burgmauer hochgebaut. Boom. So. Brauche ich wieder Rohstoffe, damit ich mein Burgtor auch hochbauen kann. Easy going. Äh, ich denke mal, ich werde gleich noch vielleicht ein bisschen was erzählen, wenn, wenn Siegeln nachher wieder da ist, wenn wir noch ein paar Angriffe gemacht haben oder sowas. Und dann könnt ihr auch sehen, wie sich meine Burgmauer, der irgendwann aussieht, ansonsten ist es irgendwie langweilig, wenn ich die jetzt ein bisschen hochbau' und ich bin ja auch nicht im Stream, das ist einfach nur ein Laberteil, so ungefähr. Äh, ja, aber sonst, ja, auf jeden Fall üblich. Also, wie ich sag, ganz klar, wenn mich halt jemand probiert zu erpressen oder beziehungsweise probiert zu sagen, hier, mh, 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 du sollst jetzt, also. Hallo Handy, Dankeschön. Willst du, willst du noch mal was sagen? Sag noch mal was Handy, komm, rede. Rede! Also, ich finde es schon wichtig, man sollte schon ein bisschen menschlich sein und auch probieren, das erstmal mit dem Spieler zu klären und danach zum Beispiel erst da halt irgendwie zur Führung zu gehen oder sowas. Und, äh, der hat ja nicht beleidigt, der hat ja einfach nur ein Monument sich probiert zweimal zu erobern und deswegen gleich mit uns Krieg anzufangen. Ja, übrigens, ich hab jetzt die Animation an, damit das mit dem Feuer hier auch cool aussieht. Aber ich muss auch, ich werde auf jeden Fall gleich löschen, weil ich werde gleich die Mauern auf jeden Fall hochbauen, ziehe ich die Türme hier, weil die alle einzeln zu löschen, das wird ein bisschen scheiße sein, ganz ehrlich. Also, von daher, ich break hier mal und, äh, bis gleich. Mwim! Yay!